Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Vor ungefähr zweieinhalb Wochen war ich zu Besuch auf dem Twitch-Kanal der Kollegen hier von OrkenspalterTV im Livestream. Und wir haben gesprochen über das Thema Rollenspiel im Strategiespiel. Das ist ja etwas, was mich durchaus umtreibt und was ihr von meinem Kanal her auch kennt. Falls ihr das Gespräch verpasst habt, könnt ihr es im Übrigen auch nachschauen, nämlich auf dem YouTube-Kanal von OrkenspalterTV. Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Dort findet ihr hier dieses Video. So sieht es aus. Eigentlich möchte ich euch aber einladen zum morgigen Donnerstream, denn dort gibt es den Gegenbesuch von Mayri von OrkenspalterTV. Sie kommt also zu uns in den Stream, wie gewohnt morgen Donnerstag auf Twitch ab 20.30 Uhr und wir kehren auch inhaltlich den Spieß um. Wir sprechen über Strategie im Rollenspiel. Was ist damit gemeint? Ich meine jetzt nicht das, was man sowieso kennt. Wenn man als Heldengruppe taktisch kämpft gegen andere Monster im Dungeon ähnliches. Nein, es geht um die Frage, gibt es eigentlich Pen-and-Paper-Systeme oder ähnliches, die wirklich so strategische Kampagnen zum Inhalt haben. Also einen Krieg führen oder vielleicht das Managen einer Grafschaft oder eines Königreiches oder ähnliches. Also was gibt es in dem Bereich? Ich habe da tatsächlich sehr, sehr wenig Ahnung und freue mich sehr auf die Kompetenz von Orkenspalter, von Mayri und werde sie ausfragen. Und mit Sicherheit gibt es dann auch noch im Laufe des Gesprächs am Ende vielleicht Gelegenheit für euch, um noch alle möglichen allgemeinen Fragen vielleicht an hier die Pen-and-Paper-Experten zu stellen. Über den Stand verschiedener Systeme vielleicht. Wir werden sie bestimmt überraschen mit schwierigen Fragen. Nein, nein, ich bin mir sicher, das wird ein angenehmer Stream, ein angenehmes Gespräch. Ich freue mich sehr darauf und freue mich auch, wenn ihr dabei sein könnt. Also bis morgen 20.30 Uhr auf Twitch. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.